Hey, Albert! Was machst du für ein trauriges Gesicht? Schau, du bist hier wie ein Heufel-Jelände. Und du bist doch so ein Genie. Weltweit kennt man dich? Komm, sag mir! Von Helfen kommen und sorgen. Ich kann dir vielleicht helfen. Ich bin eigentlich auch der, wie sie immer gesagt haben, der könnte übers Wasser laufen. Also, es sind noch zwei Schweizer, die hier miteinander diskutieren können. Sagt man einfach, wo liegt das Problem? Da von Bern, wo passiert ist früher, wo jemand von Arbeit beteiligt hat. Ja, da werden wir nicht mehr diskutieren. Da ist vorbei, das wissen wir. Da hätte die Frau besser aussehen können. Ja, lieber nichts sagen, aber so etwas. Also, wo ist es denn? Wo liegt es denn? Taufer! Höher! Ich möchte einen schönen Tag wünschen und sagen, ich helfe ihm noch so gut, bis es geht. Ja, ich gehe auch nicht aus. Hütt er. Ich gehe aus.